Grüezi miteinander, mein Name ist Claudia Wittmer und ich arbeite seit dreieinhalb Jahren an der Waldorfschule in Windhug, Namibia. Ich bin zuständig für die berufsbereitende Bildung im kaufmännischen Bereich, in Huselektrizität, im Kochen und im Gartenbau. Beim Gartenbau bleiben wir jetzt einen Moment. Ich stehe hier im Kräutlegarten der Farm Krumhug. Krumhug ist 25 Kilometer von Windhug entfernt und die Kinder, die hier leben, kommen bei dem Schulbus jeden Tag auf Windhug zu uns an die Schule. Mein Horticulture-Trainer heisst Johannes und er tut sich jetzt selber vorstellen. It's up to you Johannes! Hallo, mein Name ist Johannes. Ich bin ein Horticulture-Trainer bei Waldorfschule. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, was wir machen bei Waldorfschule. Wir machen Organic Gardening. Und ich bin sehr glücklich, dass wir diese Möglichkeit haben, als Trainer, bei Waldorfschule. Eine der Dinge, die für mich standen, ist der aktuellen Kontrakte, die wir haben mit der Schule. Weil wir früher nur arbeiten können. Aber alle meine Kollegen, in BVED, wir haben eine Kontrakte mit der Schule, dass wir eine Full-Time-Salary bekommen haben. Und das ist wirklich beeindruckend, weil es nicht stabil ist, wenn wir arbeiten bei der Stunde arbeiten. Ich zeige Organic Gardening. Und das ist mein Fokus. Und es hilft, die Studenten zu verstehen, dass sie sich selbst mit der Natur zu verstehen. Und in diesem Fall, ich möchte euch auch an meinen Studenten, der mit uns arbeitet. Hallo, ich heiße Lavinia Hayambo. Ich wohne auf Krummok. Ich komme aus der Waldorfschule. Ich war an der Waldorfschule seit der ersten Klasse. Und jetzt bin ich in der 11. Klasse. Ich habe BVED, Horticulture BVED, in der 10. Klasse genommen. Und es hat mich so interessiert, wegen den Pflanzen und Kräutern. Und mein Ziel ist, dass ich eine Herbal-Doktor bin. Ich möchte euch einen Beispiel zeigen. Das ist sage. In Deutschland, es heißt Salbei. Ich benutze sage, wenn ich eine Flühe oder eine Kaufe habe. Sage ist sehr rich in Vitamin K. und hat eine kleine Anzahl von Vitamin A, C und E. Sage hilft, zu reduzieren die Blutpressure. Und auch hilft, zu heilen Wunsch. Ich würde, Claudia, für diese Möglichkeit, für uns zu haben BVED-Subjekte in der Schule. Und es ist eine sehr gute Idee. Ich hoffe, ich sollte eine große Rolle spielen. Ich werde dasser eigentlichen. Und ich meine Wunsch, wir sehen uns ab. Wir sehen uns ab. Wir sehen uns ab.